Wenn sich dir eine Freundin bezüglich Gewalt in ihrer Beziehung anvertraut, dann hör ihr zu. Dränge sie zu nichts und sag ihr, dass sie sich nicht schämen muss. Ermutige sie, sich professionelle Hilfe zu holen, bei der Frauenhelpline oder dem Helpchat. Wir alle können lernen, uns bei Gewalt an Frauen einzumischen und verantwortungsfrei handeln. Jeden Tag.